So, 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 ich geh jetzt einfach hier lang. Und dann gehe ich... Ja, ähm, dann gehen wir einfach mal hier runter und dann sind wir schon wieder bestimmt irgendwo, wo wir schon waren. Ja, genau da, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. War eigentlich gerade noch irgendwo ein Zombie? Ja, irgendwo lungert hier auf jeden Fall jetzt noch ein Zombie rum. Och, Jungens, das könnt ihr nicht bringen. Boah, die Musik ist aber echt gerade... Schon wieder, wo kommen die ganzen Viecher her? Na, sehen wir es positiv. Immerhin bin ich schon Level 25. Aber ich bin echt gerade verwirrt, ey. Ich komme hier echt nicht mehr aus der Höhle raus. Ja, jetzt ist schon wieder Gangstermusik. Okay, jetzt sind wir wenigstens schon mal an einem anderen Abschnitt. Äh, 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 buh, äh, buh, äh, buh, 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 buh. Okay, ich lasse es mit der Gangstermusik. Die geht eh nur irgendwie in eine Minute oder so. Ich hab auch keinen Plan, wie die Musik heißt. Boah, jetzt kann ich auch schon kein Eisen mehr mitnehmen. Hallo, alter Schwede, was ist hier los? Verrottetes Fleisch. Wieso habe ich eigentlich verrottetes Fleisch dabei? Dort waren wir noch nicht. Da, guck mal, da waren wir noch nicht. Ich werde auch langsam auch nicht verrückt hier. Das ist alles eine Schau, ne? Das wisst du Bescheid. Ich glaube, das ist schon wieder eine Sackgasse. Ach, nöööööö. Wieso? Wieso, wieso, wieso nur? Okay, da kommt gleich irgendwie Dingsons von oben. Geht's da eventuell irgendwie lang? Zufällig? Irgendwie? Oh, cool. Tatsächlich. Hier ist auf jeden Fall dunkel, Leute. Mann, ich brauche echt eine Höhlen-Playlist, dann kann ich auch wenigstens ruhig reden. Und bei dieser Musik geht das einfach nicht. Da passt das nicht zur Stimmung, das kann man sich ja nicht antun. Mann, ey, es wird ja immer langweiliger hier. Ich möchte endlich mehrere Höhlen und nicht mehr durch diese Schmien-Stollen hier latschen. Das kann es doch nicht bringen auf Dauer. Auf Dauer kann man das echt nicht bringen. Sackgasse. Alter, das könnt ihr auf Dauer nicht bringen. Ganz im Ernst, ganz im Ernst. Mann, ey. Ich komme nachher echt mit, was weiß ich was, 20 Stacks Kohle nach Hause. Nur weil ich hier die ganze Zeit durch die Mien-Stollen natsche. Mann, 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 Mann. Es fehlt nur noch der Slenderman, ganz im Ernst. Jetzt nur noch der Slenderman fehlt. Was für eine Ebene sind wir eigentlich momentan? 35? Da sind wir eigentlich schon auf fast Diamantenhöhe. Müssen eigentlich nur noch weiter nach unten, ungefähr 15 Ebenen. Ach, guck mal, das ist ein Eisen. Habe ich jetzt schon wieder fast übersehen. Das silberne Eisen. Beziehungsweise das ist ja eher bronzefarbig. So, da war ja schon wieder eine Sackgasse. Das ist ja auch schon wieder Eisen. Boah, Leute. Das ist zwar echt geil, dass hier so viel Eisen ist, ne? Aber ich möchte auch endlich mal hier neue Gänge finden und so. Okay, da haben wir uns Kohle oder so rausgegraben. Was soll ist das? Habe ich den da hingesetzt? Ach so, ja, weil because of, ne? Was hier? Oh, okay, hier ist wieder Kohle. Ja, ich hoffe mal, dass sie hier wenigstens rauskommen irgendwie. Damit ich bei wenigstens aus diesem Minenkomplex hier raus bin. Ey, das, Mann. Geht mal gar nicht hier. Was ist das schon wieder? Schon wieder irgendein Gang? Boah, ey, ich mache es mir hier echt nur noch verzweigter. Ganz im Ernst. Ich stelle, ich komme gerade eigentlich irgendein Creeper angeschissen und explodiere einfach mal die spontane Idee, dass er explodiert. Zufällig. Also, ich hoffe mal natürlich nicht, aber ne, ja, so wie man Creeper kennt. They see me creeping, they hating. Ist auch so ein schönes Sprichwort. Habe ich auch übrigens als, ähm, als iPhone-Hintergrund. Dieses schöne Bild. Also, ich kann es jetzt nicht einblenden, jetzt im Bild, aber googelt das einfach mal. They see me creeping, they hating. Mega cooles Bild auf jeden Fall. Hallo? Hallo? Okay, da sind auf jeden Fall noch Rohstoffe und zwei unerdeckte Gänge. Und da hinten ist bestimmt schon wieder eine Sackgasse. Wetten wir, wetten wir, wetten wir. Oh. Keine Sackgasse. Ey, Leute, das wird ja immer cooler. Ey, ganz im Ernst. Das wird echt immer cooler. Ich trinke mal ein kleines Schlückchen. Wie gesagt, ich bin jetzt auf jeden Fall auch wieder vor einer längeren Aufnahmesession. Und jetzt, da ich mir auch hoffentlich mal sicher sein kann, dass er hier aufnimmt. Was ist denn hier los? Soll ich einfach mal runterspringen? Hallo? Alter. Ist da eine Truhe? Ne. Ich habe aber jetzt länger keine Truhe mehr gesehen hier im Minenkomplex. Das habe ich mir mal wenigstens erhofft hier. Aber, wie gesagt, man kann leider nicht alles haben. Boah, Alter. Ich gehe so weit... Nein, 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 nein. Ach, du Scheiße, ey. Ach, du Scheiße. Wo ist dieser verfickte Spawner? Wo ist dieser verfickte Spawner? Da ist Lava. Okay, da hoffentlich kommt jetzt nichts her. Warte mal, ich baue das nochmal ganz kurz hier zu. Weil ich da jetzt echt keinen Bock habe, dass hier schon wieder so eine Spinne kommt. So. Ich hoffe mal, dass sie da nicht durch können. Oh, Alter. Was ist das denn bitte schön? Warte, kann ich den von hier schon abbauen? Ja, nice. Geil. Ist da auch eine Truhe versteckt? Seht ihr das Braune da hinten? Warte, ich baue jetzt erstmal hier den Lavastrom zu. Da ist eine Truhe. Und wo sind die ganzen Spinnen? Ach ne, das ist nur ein Zorn gewesen. Ganz im Ernst, wo sind die ganzen Spinnen? Ich höre die ganze Zeit so ein... Hört ihr wahrscheinlich auch. Also ich hoffe es mal, weil nicht, dass ich irgendwie Hirnschaden habe oder so. Und die ganze Zeit nur... Hallo? Oh, Gold. Ja, toll. Bringt auch noch so viel. Oh, Lapis Lazuli. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht in diesem Spiel gesehen. Komm, nehmen wir mal anstatt die Stickies mit und den Goldbarren. Ja, brauchen wir Goldbarren. Goldbarren. Außer natürlich, wenn ich hier irgendwas Unsinniges dabei habe. Kies brauchen wir nicht, ne? Kies. Wer braucht schon Kies? Okay, wir haben hier einen neuen Höhlenabschnitt, Leute. Das gefällt mir doch mal schon um einiges besser hier. Auch wenn das mit dem Lava hier ziemlich... Alter. Geht's irgendwie noch runter? Auch wenn das mit dem Lava hier gerade ziemlich abfuckt, ehrlich gesagt. Kommt irgendwo das Lava her? Mal ganz im Ernst. Fließt das jetzt ab? Ich glaube, das kommt auch irgendwo her. Egal, ich baue das Loch hier erstmal zu, ey. Ganz im Ernst. Nicht, dass irgendein Monster gleich kommt und meint sich hier, ne? Okay. Jetzt ist es erstmal dunkel. Nicht, dass gar nicht irgendein Monster meint hier, von wegen mich da runterschubsen zu müssen. So, jetzt soll ich da zuerst mal lang gehen? Ne, ich gehe erstmal hier lang. Bevor ich mich hier schon wieder verlaufe und hier die ganzen Gänge wieder vergesse. So. Okay, jetzt erstmal hier lang. Machen wir erstmal hier wieder das Wasser zu. Ich freue mich auf jeden Fall auf meine Höhlenplaylist, ganz im Ernst. Hallo, hallo, hallo. Kein Creeper? Okay, hier ist eine Sackgasse. Das ist schon mal sehr gut. Wahrscheinlich geht es dahinter wieder weiter, aber... Wollen wir jetzt auch mal nicht hoffen. So, jetzt kommt... Da kommt kein Monster angecreept. Das ist gut. Oh, Alter. Warte mal. Sehe ich schon den Nebel? Ne. Hallo? 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 Immer sicher gehen, dass hier nichts steht. Okay, hier ist eine Sackgasse. Sehr gut. Oder auch nicht. Da sieht es auf jeden Fall schon so aus, als ob ich da schon war. Nicht, dass wir jetzt wieder an die Stellen kommen, wo wir schon vorhin waren. Das wäre nämlich ziemlich uncool. Ganz im Ernst, Leute. Das könnt ihr nicht bringen. Okay, hier baue ich die Fackel mal ab und da ist wieder Ende. Alles klar. Ist hier noch irgendwo Eisen? Puppa Eisen? Ne. Gut, dann geht es da nicht lang. Da waren wir schon. Okay, dann geht es jetzt erstmal das nächste Mal hier lang. Oder auch nicht. Jetzt wir das ganze Kies schon wieder hier abbauen. Mann, Mann, Mann. Immer dieses kiesige Kies, Kies. Ach so, da kommen wir hier hin. Ich wusste es. Okay, war doch nicht so spannend, diesen Höhenkomplex hier zu erforschen. Beziehungsweise diesen Minenkomplex. Ich hoffe mal gleich auf dieses, beziehungsweise gerade haben wir auch noch so einen Stoll nach unten gedingst. Habe ich den jetzt eigentlich gerade genommen? Ich weiß es nicht. Ich habe schon wieder total vergessen. Boah, ich glaube, kohletechnisch sind wir auf jeden Fall jetzt so gut wie zugeschissen hier. Könnte ich auch gleich meine ganzen 20 Öfen hier befeuern. Boah, da geht es ja immer weiter mit Ei, äh, mit, mit Ei, äh, mit Kohle. Mein Eventär ist glaube ich auch schon wieder voll, ne? Was können wir jetzt wegschmeißen? Die Schienen. Wir brauchen schon Schienen. Habe ich die gerade echt mitgenommen? Mann, Mann, Mann. Immer gar nicht. Und Level... Okay, wir sind auf jeden Fall wenigstens bald mal wieder Level 30. Das ist wenigstens schon mal so gut. Und dann, weil ich bin ja im Wasser gestorben, ne? Da war ich ja auch total dumm und so. Und, äh, ja, da kann ich auch bald dann mal wenigstens, wenn ich da wieder Level 30 bin, auch wenigstens wieder verzaubern, weil den Archimitisch, keine Sorge, den werde ich jetzt bald bauen. Ach, den Archimitisch, den Verzauberungstisch da, sobald dann auch die Bibliothek steht. Oder dieses Verzauberungsteil, keine Ahnung, was da jetzt, äh, in Reihenfolge bau. Oh, äh, wo kommen wir her? Ich glaub hier, ne? Erstmal wieder das Essen. Mom, nom, 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 nom. Unser schön abgelaufenes Fleisch. Hallo? Hallo? Okay, da ging's nicht weiter. Hallo? Hallo? Das ist ne Truhe. Das ist ne Truhe. Das ist ne Truhe. Lapislazuli, Kürbiskerne und Brot. Sehr nice. Sehr nice. Gefällt mir hart. Hart. Ja, so hart wie deine Nippel. Okay. Äh, wo kommen wir da hin, ohne dass wir, ja. Obwohl, nein, dann wird's hier dunkel, ne? Und das bringt dir in der Sackkasse auch nix, ne? Boah, ich bin mal wieder so dumm. Ich bin mal wieder so dumm. Unnötig ein Cobblestone verbraucht. Das kann ich mir ja im Leben nicht mehr verzeihen. Mann, Mann, Mann. Uah. Wir haben ja eben eine neue Lebensexistenz hier geschaffen. Äh, geschaffen, nicht geschaffen. Geschaffen. Da ist noch Eisen. Hallöchen, ihr schönes Eisen. Ich will dich abbauen. Oh, ist ja schon wieder zu viel. Äh, Mann. Ich hab hier echt schon alles gefunden. Ich hab tausend Millionen, äh. Schon wieder, bin ich schon wieder voll? Alter, Vater. Ah, nee, doch nicht. Egal. Komm, das Eis, eine Eisenerz. So. Da ist ja eh genug Eisenerz. Im Boden. Wie ihr sicherlich hier schon wieder sehen könnt. Ne? Äh, wo war jetzt der unerforschte Gang? Irgendwo hatte ich ja gerade noch einen. Wenn ich nach links oder nach rechts gehe. Ne? Hä? Boah, jetzt bin ich hier gerade, glaube ich, gerade spontan jetzt hier verlaufen. Warte mal. Irgendwo habe ich Eisen abgebaut. Genau. Äh, nein. Andere Richtung. Ich glaube hier nämlich. Wenn wir jetzt hier nach rechts gehen. Oder nach links. Ne, hier. Es sieht aber auch schwer nach Sackgasse aus. Ja, es sieht schwer nach Sackgasse aus. Aber ich mache hier trotzdem mal das Wasser weg. Na komm. Äh. Ja, das war wieder sehr super von mir. Äh. Eisenspitzhacke. Ach, Leute. Okay. Ich hoffe mal, dass ich gleich wieder so einigen, einigen, äh, bleh. Dass ich hier gleich einen spannenderen Weg hier finde. Außer in diesem komischen Meme hier. Also auf Dauer ist die Mine echt zu groß. Ganz im Ernst. Nicht, dass das große Biom-Ding auch hier auf Minen gilt, ne. Das wäre nämlich ziemlich doof. Das wäre sehr, sehr doof. Ziemlich, 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 sehr doof. Hier stürt einfach so ein Kohlestück rum. Und da ist noch mehr Kohle. Kann man ja alles mal mitnehmen, ne. Pff. Wie gesagt. Soll ja auch gelohnt haben, hier in dem Minenkomplex hier rumzulaufen. So. Ah, das. Darauf scheiße ich jetzt einfach mal gekonnt. Äh, ja. Ja, hier sind auf jeden Fall Spinnen. Das heißt, irgendwo hier sind auf jeden Fall Monster. Das heißt, unentdeckte Weiten in der Welt von...